yo freunde was geht ab und herzlich willkommen auf diesem kanal zu dieser offiziellen kanalvorstellung wie gesagt ihr befindet euch jetzt auf einer meiner zweitkanäle und mein hauptkanal ist und bleibt auf jeden fall jdeen der kanal wird natürlich unten in der video beschreibung verlinkt sein genauso wie die anderen zweitkanäle warum ich einen zweitkanal erstellt habe dazu kommen wir gleich wenn euch die videos gefallen lasst auf jeden fall ein abo da und ja würde mich auf jeden fall freuen dieser kombi dazu warum ich zwei kanäle erstellt habt youtube dreht einfach zurzeit ein bisschen am rad viele große kanäle kriegen strikes viele kleine kleine kann was der grund ist weiß ich auf jeden fall nicht aber es ist auf jeden fall besser dass ihr zwei kanäle dass ich einen zweitkanal am start habe wenn mal was mit dem größeren mit dem hauptkanal passieren sollte wie gesagt ein zwei strikes habe ich auch bekommen natürlich einer ist jetzt schon abgelaufen ein strike habe ich jetzt ist nicht schlimm das ist auch kein community strike gewesen sondern copyright strike ja an sich wie gesagt keine schlimme sache aber euch mal überlegen große kanäle wie zum beispiel unsympathisch tv hat jetzt zwei strikes ein strike und dann wisst ihr was ich meine die künstler natürlich wieder schnellen kanal aufbauen die haben natürlich eine community aber ist schon krass wenn ein kanal mit zwei millionen abonnenten einfach weg deswegen ist auf jeden fall besser was in der hinterhand zu haben siehe apu red der hat jetzt auf einmal fünf kanäle hat sich alles aufgeteilt hier lädt er seine musiklos hier reaktion hier normale videos apu red kanal mit zwei millionen abonnenten gestrikt weg sein kanal red summer sein gaming kanal von fortnite gestrikt 1,5 millionen abonnenten weg schon heftig es hat richtig probleme mit seinem youtube kanal leon mascher hat probleme mit seinem management gehabt zwei millionen abonnenten für nichts wisst ihr was ich meine schon sehr sehr schwierig genau deswegen habe ich jetzt auf jeden fall diese zwei kanäle erstellt es sind mehrere wie gesagt alle stehen auf jeden fall in der video beschreibung ganz wichtig auf jeden fall den hauptkanal zu abonnieren der ist und bleibt natürlich der hauptkanal und wie gesagt dann würde ich sagen viel spaß mit den videos und haut rein peace